Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alle Zombie-Huren-Söhne killen. Das ist meine Anweisung, Baby. Das war eine echt schöne Gegend! Shit! Was war das? Vorsicht! Wir stecken hier echt mächtig tief in der Scheiße. Oh Gott! Wer zur Hölle packt ein Evakuierungszentrum in den verdammten 30. Stock? Denkt positiv. Vielleicht ist der Helian aus Schokolade. Warum ist hier niemand? Hallo? Das ist alles nur ein Traum. Jemand da? Alles nur ein Traum. Alles nur ein Traum. Die sollten uns doch retten! Gab wohl eine Planänderung. Feuer einsteigen! Das kommt von der Brücke! Jawohl! Shit! Mich hat's erwischt! Bleib neu! Oh Scheiße! Oh Scheiße! Oh Scheiße! Nicht vergessen, Kleiner. Alle Zombie-Huren-Söhne killen. Feuer frei! Ich bin nicht so weit gekommen, um jetzt zu verretten. Ja, nach diesem doch sehr starken Intro, kann man nicht anders sagen, will ich euch zu dieser Folge angezockt herzlich willkommen heißen. Und ja, jetzt wird sich der eine oder andere fragen, Left 4 Dead, das ist ja ein uraltes Spiel. Und ja, ihr habt recht, es ist wirklich uralt, aber ich habe eine gute Freundin, mit der ich das Spiel gerne mal wieder spiele oder immer mal wieder spiele. Und ja, da dachte ich mir, warum das nicht einfach mal alles aufnehmen, ist glaube ich mal was ganz Besonderes, mal so ein Angezockt zu zweit zu erleben. Dann noch eine weibliche Stimme und die sich dann noch für Zombie-Massakrieren begeistern kann, ist natürlich umso besonderer. Die gute heißt Selina, ich freue mich sehr darauf, sie wusste zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, dass sie aufgenommen wird, deswegen hat sie vielleicht das eine oder andere erzählt, was dir so ein bisschen unangenehm sein könnte im Nachhinein. Ich hoffe, das ist nicht der Fall, ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß und ich kann noch sagen, viel Spaß mit dieser Folge Let's Play Left 4 Dead. Aber sowas von... Das was nett bei Daylight macht dich so krass fertig. Ja, weil ich so Angst habe, von diesem Killer entdeckt zu werden, dass ich panisch durch die Gegend drehe, und dann entdeckt er mich ja erst recht. Das könnte halt ich sein, das ist ja halt so gar nicht meine Art von Spiel, gell? Äh, ich, ich, aber wirklich nicht. Ich habe es mit einer Freundin, der Freundin aus Wien, die ich Anfang des Jahres ja besucht habe, gespielt, und Tim. Und die beiden haben sich abwechselnd, haben sich den Killer gegeben. Nee, sowas, also da, da schlafe ich schlecht, das ist nicht meins. Ja, weißt du, so Zombies ist kein Problem, aber wenn ich genau weiß, ich muss so Generatoren, ich darf mich, ich darf, ich habe schon früher als Kind bei Verstecken Angst gehabt. Wer darf nur schwarzen Mann? Verpiss dich! So, das ist ein Katana für dich schon direkt. Das ist keine Waffe mehr. Mika 2. Keine kleine. Aber ich nehme lieber später denn eine große Nacht dazu. Gebt ihr schon direkt los? Ich gehe schon mal hier hin. Ja. Das wurde, dass ich hier geile Kanonen habe. Ja, das Problem ist nämlich, dass ich, äh... Ja. Dass ich ja keine Feuerwaffe habe, deswegen muss ich da hin. Ja, ja, das ist ja vollkommen okay. Alter. Der hat Angst. Jetzt ist von mir, der wollte ich von der Brücke springen. Einfach mal vor mir abrufen. Ist gar nicht gewohnt, dass ich gar keinen Uzi habe, du. Die kommen gleich. Das hört sich an, als ob da irgendein Tank kommt oder so. Ja, okay. Ja, da. Natürlich. Danke dir. Kein Ding. Alter, ich glaube, wir verweilen ihn schon zu lange. Ich habe ja schon die Vorhut gemacht. Ja. Okay. Ich komme schon hinterher. Ah, schön, dass wir jetzt hier zocken. Ja, absolut. Through this door. Hast du gehört? Through this door. Eine Maschinenpistole. Oh, was liegt denn hier? Oh, 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 Char-Char. Oh, 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 okay. Tank, 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 tank. Obacht, kein Char-Char. Was, der halt einsteckt. Malen, 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 ey. Ich habe den Tank gefunden, übrigens. Oh, so. Na, weiter, wenn wir die Stairs hoch... Oh, guck mal, da ist eine Pfeil... ...irgendwo. ...anscheinend. Sie hat es zumindest gesagt, aber ich weiß noch nicht. Das hört sich auf jeden Fall nach Akselkrach hier an. Hm, hier ist nichts mehr. Geiler. Huh? Weil du auch immer sofort vorrennen musst, gell? Ja, da ist auch ein Boomer. Echt jetzt? Echt jetzt? Ja, was kann ich dafür, wenn du so schlecht die Reaktion hast? Du bist die Jüngere von uns beiden. Du bist eigentlich viel fitter sein. Oh, hier, auf mir, auf mir, auf mir! Sag mal, was haben wir denn eingestellt? Keine Ahnung. Deine Lobby. Special Kills Ahoy, oder was? Sorry. Ich bin der Schuss-Glock. Alles gut. Nee, ich flam dich jetzt. Was? Kannst du mich abschießen? Oh, jetzt hat ich fast das Auto angeschossen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, fast. Oh, oh, fast. Super geendet. Den zeige ich noch. Oh, oh, oh. Bestimmt aktiviere ich gleich einen. Wahrscheinlich, ja. Und wie weit bist du eigentlich mit Walking Dead? Guckst du Walking Dead? Nein, gucke ich nicht. Ist mir zu anstrengend, zu viel zu gucken. Ist mir, wenn es jetzt Staffel 1 wäre. Und wie weit bist du? Ähm, Carb Suits. Ah, stimmt. Und? Super. Ich stehe voll auf hier, die baldige Prinzessin von England. Ich habe jetzt Prison Break angefangen. Ah, okay. Ist auch super. Ich bin nicht im Haus neben dir. Könnte es sein, oder? Ich bin nicht im selben Haus. Und es verbindet sich. Doch, doch. Wir sind Nachbarn. Ich sehe nichts mehr. Da geht es nochmal hoch, gell? Ja, ich gucke noch. Ich glaube, wir müssen noch weiter. Also, noch weiter oben ist es noch was bestimmt. Oh, ein Snipergewehr und irgendeine andere Maschinengun mit Schalldämpfer. Oh, ich fall runter. Okay, ich bin runter. Ich muss einmal ganz hochlaufen scheinbar. Oh. Ich gebe schon Gas. Mhm. Mhm. Hier komme ich gleich nicht mehr weiter, um dich zu sehen. Warte halt schnell. Oh, das hört sich an, als ob da irgendein Splitter wäre. Irgendwo. Und Boomer? Ja, ja. Du hast wieder deinen Spaß. Nee, ich höre es ja nur. Ich gehe noch nicht weiter. Ah, okay. Bin gleich da, bin gleich da. So, bin wieder da. Kannst weiter. Da hast du jetzt doch auch deinen Kill. Ja, da habe ich meinen zweiten. Auf mir, auf mir. Oh, oh. Man muss dem Kind nur die richtige Waffe geben. Das funktioniert das halt auch, gell? Du willst ja immer das Katana haben. Ja, aber das ist ja immer ganz nett für... Ding, der da hier in der Witch schreien. Ja, die sitzt bestimmt in der Mitte dieses Platzes, oder? Ja, die sitzt direkt auf dem Ding drauf. Ja, in diesem... Also, wenn du es von hier siehst, du sie. Mhm. Aber ich glaube, hier geht eh gleich. Aber wir können außenrum durch die Zelte. Wir dürfen nur das Radio nicht anmachen. Aber es gibt eine Chief-Man, wenn du das Radio anmachst. Ja, scheiß auf so ein Chief-Man. Ah, oder kommen wir nicht vorbei? Du musst nicht vorbeischleichen. Geil, der Zombie hat die Rage-Rober nicht aktiviert. Ne, wir müssen vorbei. Okay. Ich schmeiß ja einfach eine Bombe hin. So eine Pipe, meinst du, oder was? Oh, ich hab... Ich hab voll keine... Oh! Rage-Rober! So down. Ich hab dich nicht vorbeischauen. Puh! Das liegt mir. Ja, hinter dir ist ein bisschen was. Ja, von mir auch. Und schon hat sie wieder ein Schwert in der Hand. Ich hype mich mal schnell. Was ist denn das hier? Oh, Grenade! Bin ich auch! Willst du sie haben? Nein, mach. Alles gut. Ups. Oh, was kommt da? Hast du gehört? Ja, irgendwo. Da ist der. Alter! Blöde Bitches. Er hat mich jetzt den Ten abgefuckt. Ich hab da voll mit meinem Grenadewerfer draufgehauen. Ja, und wahrscheinlich fand er das nicht lustig. Safehouse back here. Oh, ich hab's schon. Safe room? Ja. Easy going. Echt jetzt? Echt jetzt? Echt jetzt? Ja, der wollte dich halt unbedingt heilen. Ja, immer auf die Fall. Oh, oh. Meiste Infizierten getötet. Oh, oh. Oh, oh. Du warst schon. Oh, oh. Ich fäng schlechter. Oh, oh. Jetzt kommt's gleich wieder. Pass auf. Nein! Oh, Bitch Hunter! Das ist unfair. Danke! Willst du dir keinen Katana mehr, oder was? Kein Katana mehr, weil's am Boden liegt. Ja, aber mein... Was? Warum? Aber wir haben hier noch ein Medikit und... Ja, gut gefasst. Ja, ich hab's in der Hand. Wir haben alle noch... Ja, okay, dann ist noch eins da. Ähm. Okay. Das ist jetzt doof, aber mein Grenadewerfer nehme ich jetzt mit. Musst du wissen. Das ist deine Ausstattung. Das ist lustig. Wir müssen eh hier lang. Ich brauch halt nur... Ich brauch halt nur ewig, bis ich irgendwie gefühlt... Reloading! Reloading! Hunter! Reloading! Who wants a tattoo? Da ist ein Schmetterling noch drin? Oh, wir sind im Titelstudio. Können wir uns was machen lassen? Ja, ich werd gern Schmetterlinge über dem Hintern haben. Ich würde... Warte, ich nehme... Ja? Boah, was nehm ich denn? Warte, ich muss mich erst mal umgucken. Okay. Ich nehm... Ich nehm diese Pistole da rechts. Siehst du die? Die da? Ja, ich hab sie gesehen. Oh Gott, ey. Mit der Alten kann man nix machen, gell? Ne, null. Also lass weiter. Die jegliche Zombies haben uns wohl schon gehört. Oh, ich wechsle mal die Waffen. Nein, die war super. Du hast schon schön Team-Damage gemacht. Hier, kannst du nehmen. Ne, ich nehm hier die Combat Rifle. Bam, Combat Rifle. Bitch. Oh, warte. Da sind Pilz noch drin. Huh! Jetzt hab ich mich aber stoppen. Tür aufgemacht und dann steht er da. Das ist ein bisschen... Oh, wow. Oh, hast du gesehen? Ich hab dich geschützt. Ah, du bist so süß. Ja, ich weiß. Manchmal, manchmal echt lieblich. Ja, aber manchmal. Aber hier geht's gar nicht lang, oder? Ich glaub, da wo wir... Nein! Ich glaub, da wo wir durchgegangen sind. Ja. Alter, Coacher auf. Boah, das kotzt mich so an, wenn du mit Computern spielst. Die wollen dich immer heilen. Müssen wir nicht hier vorne rum? Ja, scheiß weiter. Also komm halt mal da her, wo ich bin. Ja, ich komm nicht voran, weil... ...der Idiot mich andauernd am... ...heilen ist. Nein! Ja, super. Jetzt hat ihn noch einen scheißen Mucker erwischt, ey. Während der mich blöde... ...sackt rein. Na, ach. Alter, was machst du denn jetzt? Der lässt mich nicht los. Oh. Na, jetzt hat er mich. Danke. Bitte. Müssen wir nicht über... ...irgendwie den Truck oder so? Da hier geht's doch ins Haus, oder? Oh, Char-Char! Alter, wo kommt die denn überall her? Der hat sich einfach mal da im Haus bisschen dick gemacht. Ja. Da ist der Barkeeper. Haben wir ihn umgebracht. Ähm... Wuh! Oh, oh, oh! Lecker! Oh! Was, 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 was tust du so schnutzen? Da geht's nicht weiter. Ah! Muss man hier weiter? Ne. Weiß nicht, hier ist im Haus nichts mehr? Ne, da ist nichts mehr, oder? Oh, oh, Spinner! Wo bist du? Schon tot. Ich muss da warten, weil ich kann hier grad nicht durch. Echt. Hm. Nein, da geht's nicht weiter, auf jeden Fall. Da hinten auch nichts muss durchs Haus irgendwie gehen. Weil da oben sind die Treppen. Okay, dann durchs Haus. Oder? Oder hier vorne rum? Ne, hier ins Haus kannst du auf jeden Fall hoch. Also da rein und links, ja genau. Hm. Oder so soll. Oder so soll. Geil. I like to wear the skypacks. Ja, kann ich mich auch dran gewöhnen. Was ist denn hier? Hört sich an, als ob hier noch was rumkotzen würde. Einfach mal hochgehen. Haben wir mitgenommen? Ja. Ich glaube, wir müssen da rüber, oder? Hm? Da rüber? Da hier? Ja, hab nur noch mal kurz in alle Zimmer geguckt. Da liegt auch noch was, da ist noch ein Molotow. Huh! Oh, Bäm! Während er die Zunge auch nicht... Und Adrenalin? Da liegt noch ein bisschen was. Guck. Ähm, ich bin, glaube ich, versorgt. So weit. Äh, äh, stinkt das hier? Äh, 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 äh. Entschuldigung, hab ich nicht geduscht. Hm, hm. Oh, da ist schon wieder Char-Char. Wo war? Alter, wo sind die denn überall? Die sind ja der Wahnsinn. Oder Char-Char tank ich... Irgendwas halt. Ich komme auch nicht drauf, klar. Überhaupt nicht. Ne, ich glaube, wir müssen da hinten nur weiter. Ja. Hier runter, meinst du, oder was? Ich würde sagen. Hör mal raus aus dem Fenster. Huch! Oh, da war es jetzt bitter. Den erkenne ich immer. Der ist so geil, die Viecher. Echt jetzt? Okay. Warum? Hier schlägt schon wieder. Auf der Toilette. Na ja. Oh, Neurich wieder, oder? Oh, da ist ein Tank Tank. Charter, Charter Tank. Whatever. Wie konnte Alice den jetzt umbringen? Zeig mir das mal. Der stand ums Eck. Oh, ich bin leer. Ich brauche bald eine neue Waffe. Ja, die ist da drin. Müssen wir da durch? Obacht, ist direkt bei dir da. Ich glaube, warte. Aber es sieht so aus. Schon, ja. Ich mache, ich habe am wenigsten. Okay, ich bin ready. Ah, wie geil! Oh, wir wollten irgendwie mich haben, weil ich bin in diese Animation gegangen, aber das hat dann scheinbar gebackt. Oh, Jockey! So, jetzt bin ich leer. Da liegt eine neue Waffe, oder? Ich glaube, ich bin leer. Oh, ist das denn der AK? Ja! Gefällt mir! Was hat sich denn nach einem Boomer irgendwo an? Oder? Was ist denn das für einer, der mit diesen Health-Packen gehört? Ja, aber mal hartnäckig. Übel, gell? Ich überlege halt, ob ich mich heilen soll und mitnehme. Danke. Damit ist die Überlegung. Jetzt hat der Coach mitgenommen. Da ist noch ein Defree drin. Ach, egal. Ich bin happy, alles. Geht's da weiter bei dir? Hm? Schaut so aus, oder? Hm? Hallo, jemand zu Hause? Ist da noch irgendwas? Oh, guck mal! Ja! Huch! Ja! 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 Das ist Problem! Was peift denn da bei dir? Ja, die Waschmaschine. Aaaah! Echt? Jetzt wir ein bisschen reingelaufen. Ja, ich wollte den halt haben. Oh... Lassen wir noch 2 oder 3 hier von oben nehmen. Und dann... Sollen wir runter? Ja. Wo geht's denn da? Ich hab Zunge, 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 oh ja. Und jetzt in der hoch. Da ist ne Treppe. Da ist ne Leiter, ne Treppe. Man nennt's auch Leiter auf Deutsch. Ja. Ah Mann ey. Es springen dich alle an, die heißen Burschen. Ja, die haben alle irgendwie, die stehen alle auf mich, hab ich so's gefühlt. Oh, da ist ein Helfer. Guck mal, da ist noch ne Medikin. Das nehm ich jetzt auch mal gleich. Lässt es hin? Was? Lässt es gleich aus? Ja, das Ding nehm ich mal mit. Zum Schutzraum! Immer weiter! Guck mal gleich hier aufmachen, warte ich nehm hier noch Muni mit. Mach mal auf. Du hast die Meute! Los geht's! Man ist so schön langsam hier drin. Super! Ich hab gar keinen Molotov mehr oder sowas. Ich auch nicht. Einfach immer bewegen. Du stehst auf die Idioten. Genau vor die Treppe, natürlich. Blöde Kuh, ey. So, ich bin oben? Mhm, ich bin auch oben. Ich brauch nicht nachladen. Bist du bereit? Äh, ja, ja. Dann gehen wir durch den Tunnel. Oder auch nicht? Oder auch nicht? Ah, fuck ey! Überall gedärmen! Es werden immer mehr! Ich bin leer mit der Wache. Mit dem Handfeuer. Ah, shit. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Ja, klar hast du den Splitter direkt. Bäm. Bäm. Schöne Colt. Komm mal zu. Das war ne gute Runde. Die war fein, ja? Ja. Siehst du ja auch. Ja, super gut. Ja, da warst du knapp dran, du. Nein! Die Witch. Witch mag ich nicht. Die Witch. Da bin ich weggerannt. Guck dir mal an, wie viel Special-Dinger da sind. In dem Level. Ja. Ich heim ihn mal schnell. Dafür gibt's ja dann noch. Ja. Das spüre ich. Soll ich mich auch heimen? Ja, ja, klar. Dann heilig und bin mit. Haben wir noch? Nee, da liegen gar keine mehr. Ach, jetzt hat der Ding eine genommen, oder was? Ja, dann warte ich lieber noch. Dann warte ich lieber, ja. Okay. Ja. Go. Ist das das mit der Bühne zum Schluss, oder? Das weiß ich nicht. Du bist hier unsere Left 4 Dead. Oh, ich verwechsel die immer. Ah. Wer ist denn? Ihr? Das ist der... Geht nicht. Kann man noch weiter? Das ist das krasse. Das ist das krasse Endlevel, wo du überall die ganzen Kanister sammeln musst und dann, ähm, hier vorne einfüllen musst. Ah, okay. Ähm, also wenn wir... Hier einer von denen läuft, glaube ich, mit einem von uns mit. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir die Kanister recht schnell gesammelt bekommen. Das sind noch neue Heildinger. Ähm. Ja, das werden wir auch brauchen. Oh, da ist ein Kanister. Pullen Sie es einfach mal. Ja, wir... Ich hoffe einfach mal, dass die Computer schlau genug sind und sich jeweils einem von uns widmen. Oder auch nicht. Das tun sie nicht. Die Frage ist, ob wir jetzt, ähm, alleine die Kanister... Oder erst mal die vorderen Kanister alleine holen und danach die hinteren Kanister zusammen, oder? Gute Frage. Ähm, das ist halt jetzt, weil die scheiß Computer gehen halt nicht so mit, wie sie sollen. Ach, stimmt. Weil bei mir rennen jetzt beide mit und du hast voll keinen. Joa. Aber ich... Komm ja auch alleine immer super zurück. Geh weg, lass mich ruhig. Ich kann Gott sei dank mit dem Kanister nicht zuschlagen. Ja, das stimmt. Aber gerade wenn hier so Special-Heinzen kommen, dann wird es natürlich alleine richtig doof. Ja. Hast du einen Tank oder was? Ja, ja, und Schalking bei mir. Danke. Okay. Sollen wir zusammenbleiben? Ich glaube, das macht Sinn, ja. Da oben, also jetzt... Da oben, rechts ist bei mir noch einer. Ja, ich bin jetzt gerade auch noch mal oben links einen holen. Und dann würde ich sagen, danach treffen wir uns und machen zusammen. Okay. Aber jetzt habe ich auch einen Coach bei mir, so einen von NPCs. Ah, super. Ah, fuck ey. Zu nah dran gewesen. Ich sehe nicht, wo dieser scheiß Kanister ist vor lauter Boomer-Kotze. Oh, und ein fetter Tank. Oh, das ist das krasse Level. Ey, das habe ich mit einer Freundin mal vier Mal gemacht. Ey, das liegt auch am Boden. Ja, ja, ja. Da war noch ein Tank. Hm, der hat uns erwischt. Und hinten liegen dann zwei Kanister, die können wir dann zusammenholen. Ich heile mich schnell und dann nehmen wir die mit. So. Wobei da oben sind auch noch welche. Ja, ja. Dann nehme ich da noch eine mit. Ne, ne, da oben sind auch zwei. Ne, ne, da oben sind auch zwei. Nehmen wir die keine mit oder was? Nehmen erstmal hier bei uns, bei mir den mit. Ja, ja, aber nehmen die keine, die NPCs. Ne, die nehmen das nicht. Okay. Okay. Dann lass uns laufen. Hauptsache wir kloppen uns mit den Dingern. Oh, man. Geht weg. Weiter. Ne, jetzt kommt die nächste Horde. Ja, ja, ja. Ich hole mir gleich auch nochmal Muni da. Ich hole mir dann die anderen zwei aus dem Haus noch. Ja. Oh man, ey. Geht gut, ey. Das sind Horden, das ist echt abartig. Jo. Kannst du laut sagen. So, dann gehen wir mal hoch auf den Balker. Ich lauf nicht mehr so schnell irgendwie. Ja, dann müsste mal deinen Shot oder sowas nehmen. Ja, ich nehme hier mal eins. Ja, ich nehme hier mal eins. Ja, ich nehme hier mal eins. Und lauf. Ich kann mit. Hälfte haben wir schon fast geschafft. Mh. Ja, da hinten sind noch zwei. Mhm. Ich sag, die liegen oben. Ja, 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 ja. Die sind hier direkt. Warte, ich nehme hier noch den Molotow mit. Komm, 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 komm. Ja, ich komm. Und dann können wir da runterspringen und zurücklaufen. Ja, wir laufen da jetzt. Oh, oh. Tag, 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 tag. Oh, oh. Tag, 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 tag. Das ist Boomer. Wir dürfen nicht draufschießen, sonst entfüren wir. Also, ich hab's. Ja, ich bin auch da. Bin schon wieder vorne am Ding am einfüllen. Ich fülle meine Soße schon wieder rein. Äh, ich probier's auch mal aus, wie das so ist. Ja, wir müssen kurz warten. In der Mitte. Ciao, ciao. Okay, ich würd sagen, jetzt weiter. Mhm. Jockey! Jockey irgendwo. Ist down. Gehen wir oben jetzt rechts rum hier in das Haus rein. Genau, da, wo die zwei sind. Richtig. Got it, schnell, schnell hin. Ja. Nächste Horde kommt wieder. Ja, jup. Ja, jup. Ich hab's. Sind oben noch welche oder hier unten? Na, da unten, rechts, dahinten. Wir, wir, wir müssen... Da hinten, rechts, hier rum? Ja, und dann links muss es hocklich irgendwo gehen. Ja. Ja. Ich würd an es. Ja. Ja. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Und Boomer! Und ich lege in der Kotze. Ich muss mir gleich vorne noch ein Medi holen. Ja, ich auch. Wir holen jetzt auch mal meins. Wir holen jetzt die zwei hinten und dann gehen wir heilen nochmal. Ja. Da war noch ein Jockey. Ich hab schon mal einen gefüllt. Hinten, hinten, hinten. Bei uns. Bist du? Naja, ich bin. Okay, warte. Hast du dich geheilt? Ich freue mich jetzt schnell. So. Ah, Jockey, whatever. Oh, wow. Ich kriege ja das Auto. So, jetzt noch den einen da oben. Wie kommen wir auf das Haus da rein? Wahrscheinlich da rein. Was ist das hier? Nein, da geht es nicht rein. Hier, hier. Da geht es auch nicht. Nee, oben einfach. Da hier. Um rum? Ja, ich hab schon. Ich hab ihn schon im Prinzip. Kannst du eigentlich von mir bleiben? So, jetzt müssen wir uns gleich in die Brücke stellen und, äh, verteidigen. Ich komm am besten hier zur Brücke. Alles klar, wirkt du machst, Stefan. Schöner Molotov Auto Auto, Auto Das sieht super Das siehst du mal NP Das war alter Schwede Haben wir es jetzt gerockt Easy peasy würde ich mal sagen Da, überlebt Läuft Sehr gut 33 Minuten Alter, war das eine krasse Runde Siehst du mal Ich brauche Verbandszeug Wie Lutscher Stürzt dich halt immer ins Gefecht Na klar Nacken Kills Da hast du mal alle weggemacht Ja Beim Smoke habe ich gar keinen Nen fünf Stück Krass Dafür habe ich Jar Jar Jockeys und sowas Das läuft nicht Hat am wenigsten Schaden erlitten Da warst du fleißig Dafür habe ich weniger Medi-Dings als du benutzt Das ist okay, aber du hast mich auch geheilt Ja, geil Ja, sehr schön Kommt ं